Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei CAN zu einem neuen SCB NewsAlert. Ja, ein Jahr ist rum und damit steht das große Luminalia-Fest wieder vor der Tür. Das im Regelfall letzte große Fest im Rahmen von Star Citizen. Natürlich steht auch noch die Alpha 3.18 vor der Tür, aber ich sag mal von den regulären Festen, die wir in Star Citizen feiern, ist das Luminalia-Fest quasi mehr oder weniger der Jahresabschluss. Denn das Luminalia-Fest ähnelt dem, was wir heutzutage als Weihnachten kennen. Ursprünglich, vielleicht für alle die, die mit dem Luminalia-Fest noch nicht viel zu tun hatten, ist es ein Fest, das aus der Welt der Banu stammt. Früher wurde es entsprechend gefeiert. Unter Banu quasi als Lichterfest kann man es wahrscheinlich am besten übersetzen. Und es ging nur darum, dass man eben ein Licht angezündet hat und dass jeder Banu, egal wo er gerade im Vers war, und damit eben Gemeinsamkeit zelebriert wurde. Einheit im Volke der Banu. Denn man muss ja dazu sagen, die Banu sind ein handelndes und sehr stark reisendes Volk. Dementsprechend sind sie auch eher seltener dann irgendwo gemeinsam und treffen sich irgendwo. Und dementsprechend ist das in der Form hier so ein Fest, um eben Geschlossenheit und Gemeinsamkeit zu feiern. Das Ganze entgegen dem, was man vielleicht erwartet, findet nicht am 24. wie wir heutzutage oder 24, 25, 26. wie wir heute Weihnachten feiern statt, sondern eben am 22. Dezember. Also schon zwei Tage früher. Und heutzutage, wo es entsprechend von Menschen sowie von Banu gefeiert wird, ist es ein Fest, in dem eben viel sich gegenseitig geschenkt wird. Man nach Geschenken auf die Jagd geht, Lichter anzündet, nett trinkt und isst und allgemein eben die Zeit mit der Familie verbringt. Und in dem Rahmen hat CRG hier uns jetzt entsprechend auch einiges wieder an Contests, an Sales und Co. bereitgestellt, durch die wir jetzt hier einfach mal einmal gehen wollen. Und wir starten damit, dass wir einfach mal reinschauen, dass es nämlich wieder zwölf Tage lang einen mehr oder weniger, man könnte es Adventskalender nennen, gibt. Und der startet am Sonntag, dem 11. Dezember. Und entgegen der vergangenen Jahre, wo es ja durchaus Diskussionen darüber gab, was es so in diesem Adventskalender alles gab, weil es eben neben Ingame-Items auch Wallpaper gab und vor allem eine große Diskussion darüber aufgebrochen ist, dass alle diese Items im Hangar auftauchen und einem den Hangar zumüllen. Und das eben für teilweise Items, die nichts mit dem Spiel, also mit Ingame-Items zu tun haben, sondern Wallpaper nur waren, hat CRG jetzt dieses Jahr nachgebessert. Und es soll an allen Tagen entsprechende Items geben, die Ingame verwendet werden können. Und darüber sind sie entsprechend sehr stolz. Und ich glaube, da können wir uns auf einiges freuen. Es wird mit Sicherheit wieder ganz interessante Klamotten und sonstige Geschichten geben, die wir im Verse finden können. Und die könnt ihr bis zum 10. Januar hier auf der Website finden und einlösen. Das heißt, im besten Fall geht ihr einfach jeden Tag ab dem 11. Dezember einmal täglich auf die Website und löst dort einfach, öffnet quasi das neue Türchen und guckt, was ihr erhalten könnt. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, einfach irgendwann bis zum 10. Januar voraussichtlich hier wieder einfach auf die Website zu gehen. Im vergangenen Jahr war es so, dass trotzdem alle Türchen offen waren und bereit standen und ihr dann einfach alles eurem Account hinzufügen konntet. Darüber hinaus, neben den Ingame-Items, die alle Spieler kostenlos bekommen, gibt es auch wieder das Geschenke suchen. Das heißt, diese kleinen Boxen, wie wir sie hier schon auf dem Bild finden, wird es überall im Verse zu finden geben. Sei es in irgendwelchen Lootboxen, in irgendwelchen Locations, irgendwo im Verse verteilt. Aber vor allem auch gerade in den Landezonen, in Blumentöpfen, in Regalen, irgendwo unter irgendwelchen Dingen versteckt. Überall da, wo man sie vielleicht meint zu finden und auch ganz sicher da, wo man nicht glauben würde, dass man sie findet, finden sich diese Kästchen. Die könnt ihr einsammeln und könnt ihr dann im Trading-Kiosk, also an den Admin-Offices, abgeben und dort wieder verkaufen. Wir müssen mal gucken, wo sich das finanziell hinentwickelt. Sie haben gerade im letzten Jahr die Preise, die man für diese Kisten erhalten hat, nochmal etwas nach unten korrigiert. Da müssen wir einfach mal schauen, wo es dieses Jahr hingeht. Und vor allem müssen wir einfach mal schauen, in welcher Art und Weise wir vielleicht Items hier, Geld davon, noch in die 3.18 übernehmen können, was wir jetzt schon looten. Beziehungsweise, da das Event ja allgemein, das Luminalia-Fest, viele der anderen Teile bis zum 10. Januar laufen, ob wir dann nicht in der 3.18 auch noch suchen können und uns damit gegebenenfalls ein bisschen Startguthaben verschaffen können. Je nachdem, wann und wie die 3.18 denn jetzt uns hier im Verse erwarten wird. Darüber hinaus, neben diesen kleinen Kisten, gibt es auch wieder die großen Kisten, die entsprechend die Standard-Cargo-Units sind, die wir, oder die Standard-Fracht-Container-Fracht-Kisten sind, die wir überall im Verse mit den Delivery-Missions finden können, mit den Transport-Missionen. Und auch hier wird es wieder diese Weihnachtstransport-Missionen geben, in dem wir quasi Santa Claus spielen können, um Kisten von A nach B zu transportieren. Aber wie in der Vergangenheit, in den letzten Jahren schon häufig gesehen, ist es eigentlich viel witziger, diese Kisten mit den Missionen zusammenzusammeln, irgendwo im Schiff zu verstauen und damit witzige Dinge zu machen. Das bringt uns nämlich dann auch direkt auf den nächsten Teil, nämlich gibt es auch wieder ein Luminalia-Screenshot-Contest. Da geht es darum, dass ihr entsprechend guckt, dass ihr ein In-Game-Screenshot macht, der eben das Luminalia-Fest zelebriert und in diesem Zusammenhang dann entsprechend auch große Gewinne einstreichen könnt. Und da schauen wir jetzt einfach mal in den Spectrum-Post, alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Es gibt nämlich für den Gewinner des diesjährigen Screenshot-Contests zum Luminalia-Fest eine Aegis-Reclaimer mit Lifetime-Insurance. Für den zweiten Platz eine Drake-Corsair und für den dritten Platz sogar noch eine Argo-Raft. Also wirklich große Geschenke, die CIG hier auspackt. Es lohnt sich auf jeden Fall an dem Event teilzunehmen. Teilnahme dann entsprechend über den Spectrum-Post, in dem ihr das Bild posten könnt oder über Twitter mit den Hashtags Star Citizen und Happy Holidays. Alle Informationen dazu, bis wann das Event hier läuft und an welche Regeln ihr euch nochmal halten könnt, findet ihr alle in diesem Spectrum-Post. Das heißt, schaut da auf jeden Fall nochmal rein, wie die Regeln sind, bevor ihr dann entsprechend dort teilnehmt. Aber es lohnt sich auf jeden Fall wieder sehr. Genau, dann schauen wir weiter, weil das ist nicht der einzige Contest, den CIG hat. Auch dieses Jahr gibt es wieder einen Postkarten-Contest. Das heißt, CIG bietet ein Event an, in dem ihr eine Grußkarte, eine weihnachtliche Grußkarte, designen sollt mit einem In-Game-Screenshot als Teil dieser entsprechenden Karte. Und auch dazu sind wieder große Gewinne bereitgestellt worden. Wir schauen hier einfach mal runter. Auch hier natürlich wieder im Artikel alle Informationen dazu, in welchem Thread ihr die Daten bereitstellen könnt, wie die Regeln sind zur Teilnahme. Aber zu den Gewinnen vielleicht an dieser Stelle nochmal. Es gibt für den ersten Platz eine Drake Corsair, für den zweiten Platz eine Banu Defender und für den dritten Platz eine Nomad von Consolidated Outland. Und auch die drei jeweils mit Lifetime-Insurance. Das heißt, jede Menge große Gewinne hier, die CIG jetzt für die Feiertage oder über die Feiertage raushauen möchte. Es lohnt sich also auf jeden Fall an der Stelle mal vorbeizuschauen, wenn ihr da eine ganz interessante oder witzige Idee habt. Darüber hinaus gibt es auch wieder einen Referral-Bonus. Das heißt, wenn ihr noch jemanden kennt, der eigentlich nochmal ins Star Citizen reinschauen wollte, beziehungsweise der oder die nochmal sich ein Game-Package holen wollte, dann ist jetzt die richtige Chance oder die richtige Zeit dafür. Denn ab jetzt, CIG hat das nochmal über Spectrum bestätigt, bis zum 10. Januar erhalten alle diejenigen, die einen Freund dazu gebracht haben, ihren Referral-Code zu verwenden bei der Account-Erstellung und wo der Freund, die Freundin dann entsprechend ein Game-Package auch gekauft haben auf diesen Account, erhalten beide Parteien eine Argo-MPUV in den Account geliefert, frei Haus von CIG. Die Informationen dazu sind auch nochmal auf einer eigenen Website bereitgestellt. Auch den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Hier ist nochmal genau beschrieben dazu, wie läuft das Ganze ab, wie ist der Referral-Bonus neben den 5000 Alpha-UEC, die es auf jeden Fall auch gibt, dass die Promotion oder dass das Event eben bis zum 10. Januar um 20 Uhr UTC, also 21 Uhr deutscher Zeit, läuft. Wo findet ihr euren Referral-Code, wann wird die Argo-MPUV ausgeliefert, wer erhält sie alles. All die Informationen gibt es hier nochmal in diesen separaten Thread. Das Ganze läuft ähnlich ab, wie es entsprechend letztes Jahr schon war. Wie gesagt, es reicht nicht, wenn die Person einen Account erstellt, sondern sie muss auch mindestens 40 Dollar ausgegeben haben, damit eben der Account zu einem Backer-Account wird und damit entsprechend ihr und euer Freund, eure Freundin die Argo-MPUV entsprechend auch erhaltet. Gehen wir nochmal zurück zur Website, weil auch das war noch nicht alles. Ich sag ja, CIG greift wieder in die Vollen. Wir haben auch nochmal, weil wir ja gerade darüber gesprochen haben, dass man ja auch noch ein Game-Package braucht, Sales, die im Angebot sind. Und bevor wir auf die Game-Package-List eingehen, haben wir hier auch nochmal eine Subscription-Ermäßigung von 10%. Sowohl auf die Centurion ein Jahr, als auch auf die Imperator ein Jahr Subscription. Das heißt, wenn ihr sowieso noch subscriben müsst für den Imperator oder für Centurion, beziehungsweise nicht müsst, sondern gerne möchtet, dann habt ihr hier jetzt die Chance, dabei auch noch 10% zu sparen. Aber wir waren bei, ich hatte ja gerade von Starter-Packs gesprochen und auch da gibt es für die Warborn-Starter-Pakete wieder entsprechenden Rabatte. 10-15% je nachdem, welches Starter-Paket ihr wählt. Und, und das kommt noch dazu zu, nicht die normalen 6 Monate Versicherung für ein Starter-Paket, sondern jetzt im Rahmen des Luminalia-Festes mit 24 Monaten Versicherung ausgestattet. Und auch das, wenn ihr nochmal zeigen wollt, wie sehr ihr SC mögt, dann gibt es auch nochmal Rabatte auf Merchandise. Das heißt, auch wenn ihr hier nochmal irgendwas zu Weihnachten sucht, nochmal ein schönes Weihnachtsgeschenk, Schmuck für euren Tannenbaum, dann habt ihr auch hier nochmal die Chance, mit ein bisschen Rabatt entsprechend teilweise bis zu 50% hier loszugehen und nochmal shoppen zu gehen. Das soll soweit zu den Informationen zum Luminalia-Fest sein. Wie gesagt, alle Links, die ihr gerade gesehen habt in der Videobeschreibung, genauso wie entsprechend die Links zu den Contests, wo ihr alle Informationen erhaltet, aber auch nochmal rund darum, wie funktioniert der Referral-Bonus, wie könnt ihr sicherstellen, dass sowohl ihr wie auch eure Freunde entsprechend die Argo-MPUV erhaltet. Und dann vergesst nicht, dass entsprechend auch der Adventskalender dann jetzt am Sonntag startet und ihr damit entsprechend auch nochmal fleißig zwölf In-Game-Items euch zusammensammeln könnt, indem ihr dort bis zum 10. Januar einmal vorbeigeschaut habt. In dem Sinne, euch viel Spaß im Wurst und gespanntes Warten auf die Alpha 3.18. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye! Bis zum nächsten Mal wieder.